Ja, ich finde, dass Hass einfach uns allen schadet und am meisten aber dem, der eigentlich hasst. Und deswegen finde ich, sollten wir etwas dagegen tun und dagegen aufstehen, weil nur gemeinsam schaffen wir es, dass diese Welt friedlicher wird und nur gemeinsam schaffen wir es zu einer vernünftigen Gesellschaft zu kommen. Vielen Dank.